Okay. Oh, ja, toll. Danke für den Kampf. Der Friedhofswahn, wahnsinnige On-Wa-Ähm. Oh-oh. Wir brauchen einen Querschläger. Ja! Schieß am besten weit hinten erstmal. Geh weiter hinten. Hinter uns sind auch welche. Oh, okay, dann schieß hinter uns. Oh Gott. Das hat nicht gereicht, ne? Nein! Nein! Warte ganz kurz. Please work. Oh-oh. Okay. Das scheint ganz schön. Ja, Leuchtkäfer ist eine gute Idee. Ja? Ja. Gut. Ich brauche es mittel Feuer. Okay, hoffentlich reicht das. Es hat genau gereicht. Okay. Nee, das war das. Ähm. Es hat nicht ganz gereicht. Schade. Okay. Querschläger bitte. Danke. Okay. Nein, das hat sie umgehauen. Ja, das war die kleine Überraschung, die wir hatten. Warte mal, wo ist der? Aber das geht, oder? Ja, ja, das ist okay. Das ist, das ist, das ist unmachbar. Ah, okay. Ich hole sie, ich hole sie, ich habe noch genügend von den Rollen. Ich habe vorhin noch von dem Typen da noch geholt, von Ahu. Perfekt. In weiser Voraussicht. Und jetzt lasse ich es regnen. Und dann vielleicht Regen? Ja. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, wir müssen, wir müssen ganz kurz warten, bis das alles weg ist, ne? Ja. Ach so, ja gut, außer da hinten, ja. Da ist es. Weil da vorne dieses Gift, ne? Es sei denn, du kannst ein Feuer darauf zaubern, aber da musst du ziemlich weit weg gehen. Aber das geht ja eigentlich nicht, oder? Mach. Du wirst sehen, dass es geht. Leuchtkäfer oder whatever. Okay. Okay. Erstmal, ich pass da. Schön. Ja. So wird es doch besser. Er und seine Freunde. Ja, ja. Was? Troll sprechen leicht. Hast du es? Ja. Oder habe ich es? Ich habe es sicher. Ich habe noch einen Gegenstand gefunden. Oder? Ne, den hast du genommen. Den Gegenstand hast du genommen. Die Kettenhaube. Eine gejärtete Lederrüstung. Die brauchen wir, glaube ich, nicht identifizieren. Die Kettenhaube ist okay. Mhm. Bitteschön. Ja, die ist jetzt nicht besser als meine. Gut. Okay, dann lass uns hier links hoch, oder? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwas? Spannendes? Sieht jetzt erstmal nicht so aus, ne? Pästchen. Meier. Oh Mann, ey. Der Typ mit den Bomben, glaubst du gar nicht. Okay, ich warte auf dich. Bist du soweit? Yep. Okay. Da vorne ist nämlich ein Portal für uns. Ähm? Da unterhalten sich. Wollen wir da hin? Die unterhalten sich da oben, die Toten. Ja. Ah, das ist auch ne Truhe. Okay. Entschnelligung. Ebenezer. Scrooge. Warum spuckt ihr, ihr geistlich herum? Warum spuckt ihr, ihr geistlich herum? Und wer seid ihr? The name's Ebenezer. Pleased to make your acquaintance. You've probably been meeting some sad souls around here, but I sure as hell ain't one of them. Um, in life, my interests were soft leathers, southern vintages, sun-ripened afternoons, and ample-fleshed companions. Each sense was a source of new and familiar pleasures, and I luxuriated in them all. As a ghost, I admit that many of those pleasures evade me, but Rivellon still smacks of life more than the Hall of Echoes could. Though half the fun of fun is sharing your exploits with an eager ear, you know? Oh, what I'd give to find my little buddy again, the best listener I ever had the pleasure of riggingly. Hmm, wer ist euer kleiner Freund? The ship that sunk and turned us all into phantoms, she was home to a sweet old Tomcat, Oscar by name, who curlock cozy as can be on my pillow. We shared many stormy nights while I scratched his little chin and whispered stories of my youthful exploits. But I reckon cats don't stay on as ghosts after they pass, because the little furball is nowhere to be seen. That, or the lucky bastard managed to survive the wreck. He was a scrappy old fellow after all. Okay, I'm going to go away. Okay. There is something to it, isn't there? I would also like my house kids to be judged by a panel of people who are gone. Mm-hmm. Oh. Ah, you must go to Hall of Echoes. Okay. Yeah. Passt. Okay. Danke. Ja, ich hab das irgendwie nicht im Blick gehabt. Ja, das ist gut. Ich dachte nur, wenn jetzt gleich ein Kampf kommt, äh, ja. Oh, ja. Ähnlich so gut. Oh, ja, da vorne ist ein Zombie auf jeden Fall. Oh, das wird übel. Und ein untoter Kampfmagier. Okay, und ein Schütze. Oh, und ein paar Zombies. Die kriegen wir aber hin. Die kriegen wir hin. Die sind Stufe 8. Das kriegen wir noch hin. Wenn du Feuer zauberst auf das, äh, genau. Auf die, dann soll's gehen. Feuer Avatar. Ah, okay, gut. Er will sich schützen. Au. Okay, so viel dazu. Kopfloser Zombie. Okay, dann würde ich sagen... Ach, niedergeschlagen zwei Runden. Schlecht. Sehr schlecht. Den hau ich mal um erstmal. Also, du nervst jetzt erstmal nicht. Jupps. Okay. Mhm. Ach, Mist. Sie hätte helfende Hand machen können. Dann wäre sie direkt aufgestiegen. Ah, aufgestanden. Ich hab's voll verpeilt. Mein Fehler. Ach, stimmt. Das kann sie ja. Ja, ich vergesse das immer. Na, das kann jetzt interessant werden, wenn du triffst. Oder wen du triffst. Da hinten ist ein kleiner Bombomb. Der wird gleich in die Luft gehen. Ja, okay. Wenn du einen guten Schuss machst, ja. Wir mussten ja ran für irgendeinen Schuss. Wait for it. Oha. Das war ein sehr guter Treffer. So, dann... Machen wir mal das. Die brauchen ja nicht viel, aber so ein bisschen. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Gut, dann... Hol ich... Oh, ich würde gerne den Bogenschützen haben, weißt du? Mhm. Ach, das hilft jetzt auch nichts mehr. Dann kommt erstmal der hier hin. Hauptsache... Er ist immer gut. Genau. Hauptsache, der lässt uns im Frieden da vorne. Siehst du? Er wurde eingefroren und nicht wir. Das ist schon mal gut. Ja, und er hat die verringerte Rüstung und nicht wir. Und der Zombie kriegt Schaden. Sehr gut. Er darf bloß nicht in das Gift rein, weil sonst kriegt er... Ne, sonst geht's ihm gleich ganz gut. Nein. Aua. Hör doch auf. Aua. Oh, Ria ist wieder da. Perfekt. Mhm, 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 mhm. Okay. Macht ihm das irgendwas? Ja. Na, der hat ein Feuer-Avatar halt, ne. Aber das war ein kritischer Treffer. Das schmarrt gar nicht mehr. Okay. 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 Er hat den einen betäubt und den anderen getötet. Sehr schön. Ich glaube, der Kampfmark, er wird das Schwierigste sein für uns. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Oh, nice. Mhm, okay. Können wir nicht. Okay, ich gucke nur gerade, was ich noch machen könnte. Okay, und das ist nicht viel. Okay. Ich lasse es regnen, weil meiner brennt, ja? Ja, das ist gut. Oh nein, Mist. Der Zombie da hinten. Der wird jetzt gelöscht. Das war nicht gut. Aber wobei, Medora kann sich um ihn kümmern. Ja, aber genau. Du musst ja auch gelöscht werden. Ja. Au. Alles gut. Der Schaden ist erträglich. Wir machen mal ganz kurz das hier. Gut. Aschkan tut das ja zum Glück nicht, ne? Nichts. So. Okay. Wie viel braucht sie? Vier. Locker drei vorlaufen. Ich hoffe, das reicht. Für den Angriff hier. Wurde. Wurde. Schön. Sehr gut. Gut. Komm, geh weg. Danke. Sehr gut. Macht meine zum Glück nicht. Wie er ist betäubt. Na, naja, gut. Na, naja, genau. Der Typ ist ja vergiftet. Den müssen wir auch irgendwie loswerden. So, wir können jetzt näher ran für gleich. Ah, cunt dripping. Perfekt. 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 Und das hier auf den hier. Langsamer ist immer gut. Immer. Okay. Er greift ihn an. Sie kann... Okay, Vorsicht. Okay, das hat nichts geholfen. Schade, ich... Ah, doch. Es hat das... Es hat das Gift weggemacht zumindest. Das ist schon mal gut. Oh ja, doch, bestimmt. Das ist gut. Das haben wir denn nicht alles. Ähm, ein kopflosen Zombie ist da hinten. Noch was? Nee, ist nur noch der. Also es sind zwei, ne? Oh nein, der ist vergiftet. Das ist ganz schlecht. Er heilt sich mit Vergiftung. Achso. Ja, das liegt am Bogen. Das war jetzt keine Absicht. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Naja. Ist ja nicht so wild. Das kriegen wir auch hin. Machen wir den aus der Flotte. Okay. Und Treffer. Das ist schon mal was. Okay. Sie verkrüppelt Ihmchen hier. Perfekt. Oh, gut. Draufhauen kann sie nicht nochmal, aber immerhin. Nice. Sehr gut. Guter Treffer. Oh, und der ist nochmal hinterher betäubt. Perfekt. Haben wir den platt. Perfekt. Hat ausgereicht. Muss leider nach vorne laufen. Oh, das ist okay. Der ist eh komplett weg. Perfekt. Hat ausgereicht. Perfekt. Wow. War gar nicht mal so einfach. Nee. Ich lasse es nochmal regnen. Ein bisschen von dem Zeug verschwindet. Das ist schon mal gut. Und da hinten lichtet sich das langsam. Oh ja. Da war eine Robe. Sehr nice. Oh, die Robe ist tatsächlich nicht so gut wie meine, aber die ist schon ganz gut. Okay. Brauchst du eine Robe? Nee, oder? Nö, nö. Ich glaube, wir alle brauchen gerade keine. Dann ist dem Verkaufen auch nicht. Okay. Zielfernrohr. Aha. Ich weiß, ob wir das brauchen. Gibt aber viel Geld. Dann nehmen wir das mit. Ich habe was für Bärdorter. Ich habe wieder was gelernt. Außergewöhnliche Plattenrüstung. Hast du das Bärdorter gegeben? Ja. Die hat zwei Pfeile bekommen. Ah, okay. Okay. Dann können wir tatsächlich sogar weiter jetzt. Ach so, jetzt ist es. Ach ja, hier ist noch eine Schriftrolle der Regeneration. Äh, ich gebe sie mal Ria. Ich habe drei Stück. Das ist gut. Okay. Können wir weiter? So. Ach so. Wir sind gleich am Eingang. Wird spannend. Eieieieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. Ah, dann geht's wohl rein. Are you ready? Äh, ja. Wollen wir jetzt rein? Oder willst du in der nächsten Folge rein? Was ist das, was ich habe spät? Das wäre doch vielleicht auch ein Plan. Okay, gut. Dann machen wir das bei der nächsten Folge. Oh Gott. Das ist jetzt aber auch ein Cliffhanger. Oder wollen wir die Kirche noch fertig machen? Also ich hätte Bock auf die Kirche. Dann machen wir die Kirche noch fertig. Was geht's? Oh. Ich habe... Jetzt haben wir keinen Schlüssel und gehen nach Hause. Warte, 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 warte. Ich habe einen Dialog. Ähm, die die schweren Eichentüren flankieren. Hold your horses, stranger. This holy hall may be entered by those who are loyal to the goddess only. And even eyes of stone can see you are no such creature. Um wer sind die, die der Göttin treu sind? Ha! Who are those loyal to the goddess it asks? They are those who have seen the powers of blood, ignorant one. They partaken the knowledge of old. Blood is life. Blood undoes death. Such is the wisdom you cannot even conceive. Ich würde mal sagen, ich möchte die Kirche betreten. It is a wish we cannot grant, unless you prove you have knowledge of the goddess. Oh nein. Answer us therefore the following question. How is she known among the loyal, the exalted one, she who speaks for the goddess? Hm. Hm, 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 hm. Ich würde sagen, ich, ein bescheidener Neuling unter den Getreuen, kenne ihren Titel, aber ich wage es nicht, ihn auszusprechen. Das ist meine Ehrerbietung. Es gibt eine Argumentation. Okay, er ist ein bisschen besser als ich. Äh. Hi. Verdammt. Diese Argumentationssachen hier immer. Oh nein. Er gewinnt gegen mich. Hm. Ich muss zwei Runden gewinnen, er eine. Okay, ich hab verloren. Hm. Na. Stein wird eure Knochen zertrimmen. Oh, oh. Oh, wir kämpfen gegen die Wächter. Alles klar. Okay. Naja. Na dann. Wenn du den Boden unter Blitz setzt, dann ist auch okay für mich. Also meiner hält das ja aus. Äh, ich hab auf den Wächter geschossen. Was machst du denn? Es kann sein, dass du auch verfehlst. Was ist denn los? Ja. Können Steinstatuen brennen? Oh nein. Nein, nein, nein. Wir brauchen das Wasser. Wir schocken das Wasser. Damit die sich nicht bewegen können. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Dann. Genau. Geh ich raus, du Wasser. Das ist ein Deal. Oh Gott. Viel Spaß beim Shoppen. Der hält ja alles und nix aus. Okay. Also den kann er sich fangen. Das ist okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.